Gelten die jährlichen Rentenerhöhungen auch für Erwerbsminderungsrenten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, die jährlichen Rentenanpassungen zum 01.07.2019 zum Beispiel gelten auch für die Erwerbsminderungsrenten. Die gesetzlichen Erwerbsminderungsrenten sind versicherten Renten und deshalb zählen diese versicherten Renten, also diese Art der versicherten Renten, auch mit zu den Renten, die von der Rentenanpassung erfasst werden. Dazu, also von der Rentenanpassung werden ja jährlich erfasst Altersrenten, die hinterbliebenen Renten, die Renten für Landwirte, die Unfallrenten, die gesetzlichen Unfallrenten und auch die Erwerbsminderungsrenten. Ich hatte diese Woche eine interessante Anfrage bekommen von einem eventuellen Kunden von Rentenbescheid24, und der wollte einfach wissen, ob seine bestehende Erwerbsminderungsrente auch mit angepasst wird, denn er konnte aus den früheren Rentenanpassungen oder aus den früheren Rentenbescheiden nicht so klar erkennen, ob seine Erwerbsminderungsrente tatsächlich auch angepasst worden ist, immer zum 01.07.2019 des laufenden Jahres. Und da hat er mir die Unterlagen geschickt und da habe ich dort reingeguckt und konnte ich Entwarnung geben und ihm sagen, ja, seine Rente ist mit angepasst worden zu den entsprechenden Prozentsätzen, die dann immer in den für die laufenden Jahre oder für die vorangegangenen Jahre an Rentenerhöhungen galten. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Nochmals, Erwerbsminderungsrenten sind gesetzliche Renten und die werden jährlich angepasst. Das heißt also, wenn Sie aus einer privaten Rente eine Art Erwerbsminderungsrente bekommen, dann gelten die privatrechtlichen Vorschriften und da muss man halt schauen, ob und in welcher Höhe dort Renten überhaupt angepasst werden. Bei Betriebsrenten, wie zum Beispiel bei der VBL-Rente, gibt es meistens eine Rentenanpassung von 1%. Da muss man auch schauen, da steht dann in den Satzungen drin, was dort für Anpassungsvorschriften gibt. Näher zum Thema Rentenanpassung und zum Thema Erwerbsminderungsrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.